2. September 2019. Tjo. Na, ich weiß auch nicht. Draußen im Badzimmer hört man nix. Naja. Jetzt wird's schon wieder bisschen lauter. Ich hab mich grad gefreut. Ist doch geil hier, oder nicht? Das ist der Hit. Aber zumindest haben wir kein Brandgeruch mehr. Tjo. Ist aber auch egal, ist müßig. Danke.